Hallo, mein Name ist Feller Hubert, ich bin der Inhaber von dem Büro. Ich bin schon viel auf der Welt rumgekommen, habe schon über 80 Kreuzfahrten hinter mir, kennt fast alle Räder rein, war schon auf allen Kontinenten unterwegs. Wenn ihr Fragen habt, einfach bei uns anrufen, mit Hubert Feller verbinden lassen und ich helfe euch gerne weiter. Bis dann, tschüss! Die Reiseverkäufer im Reisebüro Feller Hallo, mein Name ist Matthias Mangiapane, ich bin Ihr Reiseverkäufer im Reisebüro Feller, bin spezialisiert auf Rio Hotels, Robinson Clubs, Magic Life Clubs, sowie auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen bin ich zu Hause. Die AIDA, die Ptui Main Schiff sowie Queen Mary sind für mich keine Fremdwörter und ich freue mich, Sie auf diesem Gebiet beraten zu dürfen. Hallo, liebe Reisebüro Feller Kunden, ich bin Tina Oehlern, ich bin hier Tourismuskauffrau im Reisebüro Feller, seit ca. Anfang des Jahres hier im Reisebüro in Hammelburg und ja, ich war da vor zwei Jahren ca. auf AIDA und bin dementsprechend so ein bisschen die Expertin hier für die AIDA-Kreuzfahrten. Und falls Sie Fragen haben, kommen Sie gerne einfach zu uns ins Reisebüro vorbei. Hallo, mein Name ist Stefan Unger und ich arbeite seit dem 01.06.2015 hier im Reisebüro Feller und mache eine Umschulung zum Tourismuskaufmann. Hallo, mein Name ist Jessica Winkelsesser, ich mache seit dem 01.08.2015 eine Ausbildung im Reisebüro Feller. Hallo, mein Name ist Friederike Geft, ich bin ab dem 01.08. beim Reisebüro Feller in der Lehre. Vielen Dank. Vielen Dank. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio Hotel, einem Robinson Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen Toy-Travelstar-Reisebüro Feller in Hammelburg im E-Center und unter feller.de. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.